Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Minigames heute hier wieder auf GunGame hier auf MadGamble.net. Jonas ist wieder mit dabei, sag Hallo und wir wollen heute wieder eine richtig nice Runde rasieren. Erstmal noch mal Musik einmachen. Die war im letzten Parts war noch ein bisschen zu leise, daher habe ich die jetzt mal ein bisschen lauter gestellt. Ja, zuallererst möchte ich auch jemanden grüßen. Ich möchte die Supporterin Cookie176 hier grüßen. Sie ist auch momentan hier online. Sie ist da hinten auf der Insel. Ich habe mit ihr vorher noch kurz geschrieben. Sie hat auch meine Videos letztens geschaut, so wie ich das mitbekommen habe. Genauso wie auch weitere Supporter, wofür ich mich bedanken möchte. Erstmal. Und ja, dann würde ich mal los sagen. Wir fangen mal an. So, ich habe noch mal ein bisschen an der Musik geregelt. So, mal schauen. Also, KampfvieKlan ist nicht Team. Danny hat mich getötet. Ja, ich hatte es eigentlich Michelle gesagt. Dann auf jeden Fall pass auf, dass du Michelle nicht tötest, weil sie ist auf jeden Fall Team. Hm, hier will keiner mehr hinkommen. Das ist doof. Ah, jetzt siehe mal. Ach, Uri123556. Mit dem hatten wir auch schon zu tun. Der hat mal hier Kids gefahren, aber kommt ruhig mal alle hierher. Eben, wir spielen momentan auf Lillipad, die ich hier noch nicht gezeigt habe. Es ist unsere Lieblings-Math. Ups, da, wo ich rausgeboostet, ist ja nicht so schlimm. Ja, können wir endlich mal hier sehen. Ey, wieso machen wir denn jetzt nicht Team? Ich habe das eigentlich, wie sagt Michelle vorher gesagt, sie sollte es eigentlich mal weitergeben. Ja, greif halt Kampfkondom und so an, wenn sie dich angreifen. Komm, Hamburg, das kriegst du jetzt. Bist du? Da. Sehr schön. So, hier und Uri ist mein. Da ist Jonas. Oh, du wärst bei uns. Genau, das bin ich. So, ich versuche mal. So, oder geht dort ein. Okay, dann bleibe ich mal kurz hier. Ja. Da hinten ist Hamburg. Kommt, nö, der Ananas will ich kriegen. Nö, der Ananas will ich kriegen. Den bekommst du nicht. Oh, und wer hat ihn. Ich weiß nicht, wer. Na, egal. Hier mal ein bisschen reinspitzen. Hier geht so ein bisschen jetzt der Punk-Up, weil ich auch selber nicht weiß, ob jetzt der Kampfi-Klan-Klan, äh, Kampfi-Klan, ja, Team ist. Weil ich habe das eigentlich vorgeschrieben. Ja, kurzer Form mit King Kong abzubrechen und einfach auf Dings zu wechseln. Ja, das ist dir freigestellt. Ja, gut, Kampfkondom greift mich auch an. Okay, dann ist der Beweis. So, du hier weg. Was? Ist nicht gestorben? Doch, jetzt. Oh, es leckt. Es leckt. Ja, dann kann ich mich mal kurz hier verkämpfen. So. Hier bin ich. Komm, Kondom. Bleib. Das war ein sehr großer Leck. Komm, du bist tot. Sehr schön. Was ist hier sonst noch ein Wer? Ne, leider nicht. Ach man, warum sterben die alle im Wasser? So. Komm rüber, komm rüber, Lidl Ananas. Ne, mags nicht. Wenn ich hinspringe, dann bin ich auf jeden Fall tot. Ich versuche, dass irgendwas ablenkt. Was ist, Moritz? So. Leider nicht geschafft. Aber ist auch nicht so schlimm. Ähm. Jetzt ist hier keiner draußen. Ist da Lidl Ananas. Ich laufe auch hier ein bisschen herum. Dann werden sie schon. Dann werden sie auch schon. Irgendwann hier. Ja, komm. Ja. Der gibt mir aber Kombo. Schade. Jetzt nur Level 2. Der ist nicht ganz koscher. Ja, aber. Ich denke mal, er ist einfach nur gut. So, Solobox ist es. Das ist Lila Ananas. Richtig. Der TS-Rekrude. Ich weiß. Denk nicht. Alter, what the fuck. Er gibt gute Kombos. Das stimmt. Der ist auch noch ein... Der ist im Klaren Ananas, alles klar. Mann, wieso Solobox? Mann, ich hab kein Konsum mehr. Ja, ihr wolltet natürlich mich alle abstauen. Ist ja nicht so schlimm. Alter, ich switch jetzt Account. Ich hab keine... Ja, mach das ruhig. Kommt leider Ananas. Ja, ich glaube jetzt... Die haben auch den besten... Also zumindest den Regenerations-Buff. Aber ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr schön. Das war mein Ziel. Wer denn? Nö, der Ananas. Da, heißt er. Da, Ananas, heißt er. Ja, Lila, meinte ich ja. Warum sagt ich Nö, der Ananas? Ich weiß es nicht. Weil wir das beide am Anfang gesagt haben. Echt? Weil ich dachte, er heißt Nö, der Ananas. Und dann hab ich dir das auch gesagt. Und dann haben wir es beide gesagt. Ja. Nein, schade. Was? Michelle! Okay, jetzt, jetzt gibt's beef. Ich greife Michelle trotzdem nicht weiter an. Auch nicht, aber die anderen... Ihr müsst wissen, hier Cookie176 ist unsere Lieblingssupporterin. Von allen Supporterinnen und Supporterinnen. Hier. Daher. Die ist voll nett. Ich mag sie. Nein, schade. Calvin ist da drüben jetzt auf dem Ziel. Ja, soll er ruhig. Danke Calvin. Nein. Ja gut, da hat er ziemlich kein Kampfkonomen. Guck mal, da ist doch jemand. Da ist der Booster Pflegeschlank. Wo waren das jetzt? Hier. Wer ist denn hier noch? Komm, der ist fast tot. Schade. Mann. Hier mit 10 Level hier reingekommen. Na gut, der ist ja tot. Übrigens, wir haben vorhin schon einen Aufnahmeversuch gemacht. Aber da gab es ein paar wenig Spieler. Sehr, sehr wenig Spieler gab es da nur. Das hat gar keinen... Na ja. Sagen wir jetzt mal so, es war nicht spannend, weil wir waren draußen und es kam keiner zu uns. Das bringt nichts, wenn ich das dann aufnehme. Und auch ein paar Hacker waren da. Und leider kein Supporter online. Dann, darum haben wir uns entschieden, das dann in Herzlichen harm zu machen. Und morgen kommt dann der Port halt online. So, jetzt kommt hier leider keiner her, aber da hinten ist jemand, den wir nicht haben. Hui, das war knapp. Ja, den habe ich. Sehr schön. So, wie soll ich jetzt zurückkommen? Na toll. Ähm, ich gehe rüber. In zwei Minuten ist es auch ein Mapwechsel. Mal schauen, was für eine Map kommt. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt jetzt nochmal... Wurde jetzt gemutet, temporär, einen Tag lang, spamming. Du hast gespampt? Den Calvin. Achso, habe ich gar nicht mehr bekommen. Ich achte jetzt auch nicht auf einen Chat, obwohl ich da... Du hast irgendwie getötet. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach man, sorry. Ähm. Sorry. Das tut mir jetzt mega leid. Oh, sie schrieb egal. So nett ist sie. So nett ist sie. Aber da ist jetzt... Komm, den staub ich mal kurz hier ab. Sehr schön, Calvin. Ne, den habe ich eigentlich gehittet, aber... Gut, macht dann auch nichts, ne? Bist du hier auf der Insel? Ne, ne, aber ich habe ihn davor halt gehittet. Achso. Ja gut, sonst hätte ich einen Calvin bekommen. Ach. Was? Ich habe Sollebox? Okay. Mir macht Calvin da so ein bisschen Angst. Aber der macht nichts. Merke schon. Nicht gut so. Ne. Oder doch? Ja, Sollebox. Ihr greift mich halt alle an. Ja, Calvin. Ich hatte gehofft, dass du mich nicht angreißt. Naja, egal. So, da hinten ist schon wieder einer. Äh, da gehe ich mal lieber da außen rum. 30 Sekunden habe ich noch Zeit. Moment, das müsste schon Map-Voting gewesen sein. Calvin hat 648 Level. Ja, äh, ich bin für Lillipid. Ich habe jetzt das Spongebob gewartet, weil ich nicht dieselbe Map-Pherze hier nochmal haben möchte. Aber es wird Lillipid bestimmt kommen. Der da hinten ist gestorben, leider. Das ist hier einer. Sehr schön. So, welches Level sind wir momentan? Level 7. Ne, da geht es auf jeden Fall nicht zurück. Mann, diese lila Ananas, ne? Ja. Ich hasse sie. Nochmal Lillipid. Vielleicht kann ich mir gleich die Insel da so ein bisschen zeigen. Nein, ich habe so viel. Ich wurde von Solobox. Nein, Hamburg. Ich habe Solobox. Sehr schön. Wie? Bist du das? Ach, das bist du. Okay. Oh, Cookie wurde fast getötet. Ich habe Cookie gesaved. Sehr schön. So, anscheinend ist Solobox jetzt auf jeden Fall auch Team. Sehr schön. So, den gönne ich mir mal. Weil du hast halt einen Bogen, ich nicht. Daher muss ich mir mal... Oh, Solobox gekillt. Hamburg, ich teame nicht mit dir. Tut mir leid, da muss ich dich leider angreifen. Ich schütte ihn nicht. Doch, jetzt. Ach, da vorne geht der Tank ab. Mal hier mal... Nein, schade. Hat mich doch noch rausgegittet. Nein. Lille Ananas. Ich möchte keinen Spawn-Typing hier betreiben. Weil ich ihn kurz oben drauf war. Okay, Haken. Hamburg. Lille Ananas habe ich. Sehr schön. Schade. Michelle hat mich zwar getötet, aber ich gönne es ihr. Nein. Ich habe fast Michelle getötet. Ich bin schon auf Michels Reaktion gespannt, wenn sie das Video sieht. Wenn sie sieht, wie wir auf sie aufpassen. Okay, Michelle hat mich zwar eben gerade geschlagen, aber sie hat sofort aufgehört. Das finde ich nice mit mir. Danke. Wie auch immer das war, ich glaube... Ah, egal. Und da stehst du hin. Ich mach zu dir. Na gut, du hast ab. Ja, toll. Ja, bin ich weh. Leck. So, ich brauche mal Kills. Ich bin tot. Der böse Nachbar. Der kriegt es auf die Schreuzer von mir. So, der hat von mir auf die Schreuzer. Und jetzt Lille Ananas auch noch. Ach Gott. Guck mal, Jonas, du bist es doch von dir. Dann laufst du in den Insel dahinten hin. Nein! Dann kriege ich die ganzen Kills hier vorne und du kannst es mit dem Bogen dann. Den kann ich ja eben nicht. Komm. Ey. Der hat, glaube ich, Regeneration oder so bekommen. Mann. Ich habe beinahe Ananas gehabt. Ja, diese Runde, in diesem Part ist leider nicht ganz so erfolgreich. Von Erfolg getrönt. Aber muss ja auch nicht jeden Part so sein. Dann halt der nächste Part. Wieder. Es sind halt auch viele gute hier momentan. Oh nein. Kommt. Kommt. Was? Ich habe kein Kondom nicht bekommen. So. So, Lille Ananas. Du bist auf jeden Fall mein... Was? War da jetzt Wasser? Nur wurde gar kein Wasser angezeigt. War ich sorry, weil ich auf Kampfkondom halt geschossen habe. Ja, du hast mich halt in Spawn gewusst und ich dachte mir, what the fuck. So. Irgendwann kommt mit Enderperle. Calvin ist bei dir. Oh! 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 Mann ist der ein... Oh! Oh! doch ich habe den bösen nachbarn kommt mal runter ja wirst du so bier geil oder so ich habe schon wieder in der perle glaube hat fast gestorben weil hier alle alle vom kampf die klaren sind halt hier vorne und die kriegen alle regeneration wenn sie jemanden können daher das ist umso schwieriger die zu killen wenn man sich halten sie setzt dann klappt das halt schon ja wenn man halt auf einen stunden geht die ganze zeit dann kriegt man nicht man darf nicht den fehler machen und immer jemanden anderen anvisieren ja den habe ich ja nicht schon vorgeschwächt nein da kam so eine bock zurück das hat sich gerecht nein schade 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 da macht relativ sehr viel fun gerade das ist halt das schöne auch wenn man mal nicht hochgelevelt ist weil mit meinem main accounts bin ich meistens wirklich voll dir und da achte ich auf sehr dolle nacht meine level und hier jetzt gehe ich einfach auf viol und muss auch ehrlich sein das macht viel mehr fun als wenn man dir ist ja ich hab's gemerkt das habe ich jetzt nur noch eine blöde spitze aber kampfkonsum genau man ananas ananas hamburg oh danke bitte lebensretter kommt bitte ananas ja bin tot nein schade den sprung hätte ich noch schaffen können nein ja manchmal ist es halt so dass man dann auch ausgebustet wird kommt er kommt er kommt er kommt er nein ja aber schon wo kann ich erzählen gehen da hinten steht michael mit calvin haben können kann ich zeit nicht hin weil er mich die andere zeit abschließt komm jetzt mal wenn ich hier mal freundlich sneaker mich stellt sich so an den weg michael du bist die beste wirklich so ja dass ich extra in den weg geschätzt vor kalfen und sich so abschießen lassen um mich zu schützen aber leider kaum dann kam kondom sehr schön ich habe anton habe dich gerecht sehr schön ja dann kam lila ananas danke der ananas ist so gut ja das stimmt leider und dann hat er halt auch noch also ich vermute dass sie alle bachs haben ich kann ja mal kurz schauen in die haben nicht alle bachs die haben auf jeden fall extra leben ja einer für alles auf jeden fall ist mit regeneration dass sie alle regeneration kriegen und dann halt die ganzen leben aber grüne herzen halt da wer alles jetzt hier online ist schau doch mal tap also ich schaue ich alter ja jetzt hier mal richtig der punk ab weiter bin ich aber sehr gut so auch ne solo box ach man nein ich glaube ich wollte von der anderen seite ja genau du hast sie kann nämlich so weit wussten ich bin an der ecke eingeblieben habe ich ihn schade kommt her kommt her kommt her ich habe drauf geschlagen aber ich habe dann auf dem anderen deutsch lang warst du das herz hat mich gar nicht abgeschossen und erst mal leben regenerieren wir sind jetzt noch regeneriert kommt her kommt her und koppel ist jetzt auch noch auf kann hier ja mein wenigstens die man dann vom team in unserem plan ja gut das hat sich nun erledigt was denn ich dachte einfach nur drauf kannst du meine aufnahmen sehen ich habe fünf levels ich möchte die jetzt nicht so easy verlieren kam schon mehr voting ja irgendwo hier ne moment das ist kampf in der teil machen ok jetzt kommt sie würde ich mal sagen weil das haben wir noch gar nicht gesehen so manchmal haben wir jetzt hier haben hier jetzt mal nur aber es wurde nicht von mir gekillt aber man schade sind jetzt alle zu baut haben kampf ich versuche mal nur einzuladen dass wir wenigstens ein vom team haben ach ich bin ja nicht mit meinem main account oh nein stimmt das ist jetzt ein bisschen kritisch komm Noah nein schade schade schokolade na gut leute dann war es das jetzt auch mit dieser aufklammer ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal und ja bis dann tschüss